Er wird mal wieder gestorben. Hey, ich würde es weiter für nichts tun. Nur weil ich in Bosch war. Warum bist du live gegangen? Warum nicht? Ich habe einstellen gehalten. Aha. Wohin? Ganz ans Ende. Ganz straight runter. Immer weiter. Fliegt alle, geht alle raus. Drei, zwei, eins. Ganz nach unten. Das ist wenigstens ein Spiel, was man auch halbwegs seinen Kindern zeigen kann, weil da kein Blut und sowas ist. Oder wie siehst du das? So, sind hier Gegner? Hast du welche gesehen? Nein. Gut. Ich glaube, die ist wieder im Keller bestimmt. Aber hier oben ist nichts. Ah, was ist es? Nicht? Doch, du kannst doch hier ein paar Booten. ok beide gegner hast du ich habe zwei waffen zwar nicht die besten aber ich will ich bin auch eine kiste jetzt raus ich schwere sind aber ich sehe es nicht ah hier ist es doch toll schrott frau ich nicht wenn du willst nimm die wache mit so ein mp guck mal jungs hier steht ein klo falls jemand ein bisschen größer ist kann er da drauf gehen hast du ihn jetzt deinen streamer angemacht hat die kamera auch ablaufen nachher wird wieder fifa gerotts mal gucken was abgeht ja wie wohl kriege ich da die meisten zuschauer wo ich scheiße spiel ne eigentlich ja nicht hier bei fortnite das gucken ja viele das ist ja das deswegen findet man nicht bei fifa wahrscheinlich eher weil es ja nicht so viele gucken weißt du also beziehungsweise nicht so viele streamen sagen wir es mal so ja die typ der hat ja keine ahnung ja vorteil der black guck mal wer der streept alter wie viele leute ja die typen ja ja ich wäre mit ein paar hundert schon zufrieden das würde mir vollkommen reichen ja eine von der amista hat ja hunderttausende ja amista kannst du auch dings darfst gar nicht vergleichen aber dings ist äh ich glaub platz 8 unter de twitch streamer montanablaque das ist krass von deutschen so ne reichweite das ist echt krass hat er sogar letztens in so dem video gesagt ja da sogar gezeigt spielplatz 8 von allen und etwa dieser kronk und so und äh pietzmeet hat zu viel hier hat einer was gebaut es kann sein das er schon weiter ist hier ist noch eine dings falls du eine brauchst da noch was hast ja hab ich ja deswegen sag ich es ja dass da noch eine ist Hier ist auch noch eine MP, war schon einer oben Ich habe hier schon mal einen Weg gebaut, ja und dann wieder runter habe ich einen Weg gebaut Ich habe einen Pumpgun, ich höre jemanden Ich bin tot, scheiße, war kack Ja, zwei Stück vor mir Wir sind da unten, direkt vor dir da, wo diese Holzhäuschen ist Wenn du jetzt gerade ausguckst, direkt unter dir, unten, 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 unten Da unten drin Da waren die beide, haben mich gerade geblendert Da unten sind die drin Hast du einen Schrodi? Ich weiß halt nicht, ob die da noch sind Da sind sie, vor dir, vor dir, treppe Den einen hast du Jetzt den, komm, machen fertig Jawohl, super, ohne Scheiß, richtig gut Wirklich, hast es gut gemacht Ich höre noch was, glaube ich Ich glaube, ich höre noch einen Ich bin mir nicht sicher Sammelt ihr das beste Zeug drauf? Kali ist schon gewährt, zum Beispiel, dass ein grün ist Ich weiß nicht, was du eins für eins hast Ja, das ist besser Kannst du Verbände noch nehmen? Ne, nicht mehr Hol die Munition Munition liegt da auch noch mehr als genug Und die, und das Trampolin Trampolin kannst du so nehmen Guck mal, da liegt noch Munition Die kannst du auch aufnehmen Da hinten Schrodi Munition Da nochmal Da liegt noch was Links von dir Munition, Stein Ja, weiß man nie Hier ist eine Kiste Unten im Keller, glaube ich Ich glaube, unten Das hat mehr als genug Zeit Deswegen Ich bin schnell auf Toilette Ich bin schnell aufzudet Ich bin schnell auf dem so ein schlei noch am leben ist da drin oder? oder obendrauf? da! wow! wow! die ist gut damit kann man was anfangen tja tja hinlegen kann man sich ja nicht hä? hinlegen? äh ne glaub nicht hinlegen ist nicht ganz so möglich so oh die 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 schüsse sind da bei dir? mhm da hinten da oben siehst du es? juma guck mal wo er sich hochbaut alter was ist mit ihm kaputt? er hat bock er hat richtig bock hier was jetzt? schießen sie da runter oder was? irgendwie schon gell? was ist alles? juggi juggi muss dann irgendwann bald mal reingehen hier oh er hat sogar den Schwung geschafft ich bin sehr stolz fast dick dick du hast dieses dicke Maschinengewehr ja du musst langsam rein willst du von da aus schießen? ja klar das würde eh nichts juggi juggi du schießt so die Mauer kaputt juggi juggi äh du weißt was du da tust? nö 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 naja warum nicht ich glaub vor der Entfernung tust du nix ja super er verschwendet seine ganze Munition Junge Junge nein alles ja hier sowas ja sowas Neun Leute. Ah, servus. Jetzt habe ich es gesehen. Nein, hier gibt es Fifa, weiß ich Bescheid. Ne, ich habe nur Huhu gesehen. Ach, das ist ein Kuh. Was hat er da geschossen? Keine Ahnung. Ja, dann komm, hast du Fortnite auf PC, dann mach mit. Hat er eh nur auf Playstation, ich wette. Hast du einen guten PC? Hey, hier, Arbeitskollege. Da kannst du das schnell mal installieren und dann geht es los. Was hat er denn für ein Abend da, Alter? Ja. 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 Ja.